Kryonik ist die Kryokonservierung von Organismen oder einzelnen Organen, um sie, sofern möglich, in der Zukunft wieder zu beleben. Vorgehen Bei der Kryokonservierung größerer Organe und Organismen kommt es bisher zu Schäden, die nicht mit den heute zur Verfügung stehenden Mitteln behoben werden können. So müsste das jeweilige Frostschutzmittel genau auf die einzelnen Zelltypen abgestimmt sein. Da dies nicht praktikabel ist, konzentriert man sich meist auf die bestmögliche Erhaltung des Gehirns mit dem Ziel, unvollkommen konservierter Gewebe zukünftig beispielsweise mittels Tissue Engineering ersetzen zu können. Ob diese Schäden in der Zukunft reversibel sind, ist noch unklar. Zur Konservierung bedient sich die moderne Kryonik seit Beginn des 21. Jahrhunderts der Vitrifizierung, um die Bildung von Eiskristallen zu vermeiden. Eiskristalle führen ansonsten zu einer Vielzahl mikroskopischer Verletzungen, welche nach heutigem Kenntnisstand als irreversibel einzustufen sind. Zur Lagerung wird der Organismus bzw. das Organ üblicherweise bei minus 196 Grad Celsius in flüssigem Stickstoff gekühlt. Hierbei werden die Glasübergangstemperaturen der verwendeten Vitrifikationslösungen weit unterschritten, woraufhin es zu Brüchen in den Geweben kommt. Da es sich hierbei lediglich um wenige makroskopische Brüche handelt, werden diese von den Anbietern der Technik als prinzipiell reversibel eingeschätzt. Da bei einer höheren Lagerungstemperatur weniger Brüche entstehen, scheint dies ein Schlüssel hin zu einem bruchfreien Verfahren zu sein. Eine weitere Herausforderung stellt das Wiederauftauen dar. Während das Auftauen eines größeren Organismus mehrere Stunden in Anspruch nehmen kann, befindet man sich in einem Zielkonflikt. Einerseits dürfen keine kritischen Temperaturen überschritten werden. Welche zum Beispiel die Denaturierung der im Gewebe enthaltenen Eiweiße zur Folge hat, andererseits muss darauf geachtet werden, dass das Gewebe während des Auftauens nicht aufgrund einer Sauerstoffunterversorgung abstirbt. Für größere Organe und Organismen ist dieses Problem bisher ungelöst. Als Nachweis wird auch der Fall einer schwedischen Ärztin herangezogen. Nach einem Skiunfall war die schwedische Ärztin Anna Bagenholm 1999 im Eis verkeilt gewesen. In einer Luftblase unter Wasser konnte sie noch atmen, doch wurde sie erst nach 90 Minuten aus der Unterkühlung befreit. Die Kerntemperatur war auf 13,7 Grad Celsius gesunken. Bereits auf dem Rettungsflug wurde sie mit Sauerstoff versorgt. In der Klinik wurde über die Oberschenkel weniger kaltes, sauerstoffarmes Blut über einen Wärmetauscher geführt und mit Sauerstoff angereichert. Sie überlebte drei Stunden ohne Herzfunktion und erlitt keine bleibenden Schäden. Anbieter und Rechtslagen In den USA wird Kryonik von gemeinnützigen Gesellschaften wie Alcor und Kryoniks-Institute angeboten. Dort können sich Menschen nach ihrem Tod in Kryonstase begeben. Die erste Kryokonservierung eines Menschen wurde am 12. Januar 1967 an James Bedford durchgeführt, dessen Körper heute bei Alcor aufbewahrt wird. In Russland gibt es seit 2006 den kommerziellen Anbieter Kryorus. Ob eine kryonische Lagerung von Menschen in Deutschland möglich wäre, ist unklar. Da noch keine juristische Prüfung bezüglich der Gesetzgebung in den einzelnen Bundesländern angestrengt wurde. Bisher wird diese Dienstleistung in Deutschland lediglich für Tiere angeboten. Primärer Ansprechpartner für das Thema Kryonik im deutschsprachigen Raum ist die gemeinnützige Deutsche Gesellschaft für angewandte Biostase. Diese vergibt auch die Robert-Ettinger-Medaille für herausragende Leistungen für die Kryonik-Umsetzung. Seit dem 17. Januar 2013 ist die 23-jährige Kim Suorzi die 114. Patientin der Alcor Life Extension Foundation in Scottsdale, Arizona, die sich kryonisch versorgen, ließ. Die Psychologiestudentin aus Missouri hatte in den Monaten, seit sie von ihrer Krebserkrankung erfuhr, Geld gesammelt und wurde von einer Non-Profit-Organisation in den USA betreut. Insgesamt sind bislang 254 Menschen in flüssigem Stickstoff gelagert worden. Hinzu kommen 20 Personen bei einem Anbieter für Kryonik in Russland. Wobei in einigen Fällen nur die Köpfe mit den Informations tragenden Gehirnen aufbewahrt werden. Dabei verweisen Anhänger auf das Dishu Engineering, mit dem heute schon künstliche Gewebe mit menschlichen Stammzellen besiedelt werden können. Suorzi schrieb in ihrem Blog, Der entscheidende Schritt aus heutiger Sicht ist die Wahl des geeigneten Mittels, um die körpereigene Flüssigkeit zu ersetzen, das Vitrifizieren. Der entscheidende Ansatz ist eine Frierung ohne Eiskristallbildung. Seit Einführung der Methode ist bereits die sechste Kältemittelvariante im Einsatz. Es sind Gemische auf Basis von Dimethylsulfoxid, Fumamid und Ethylenglykol. Problem bleibt dabei jedoch die Giftigkeit der Substanzen. Dem US-Forscher Grigori M. Fai gelang es in Testreihen über einen Zeitraum von 48 Tagen vitrifizierte Nieren von Kaninchen tief zu kühlen, aufzutauen und wieder zu implantieren. Auch vitrifiziertes Gehirngewebe zeigt die Reaktion auf elektrische Stimuli. Da bereits wenige Minuten nach Kreislaufstillstand Substanzen im Körper gebildet werden, die letztlich zu bislang irreversiblen massiven Reperfusionsschäden führen würden, ist eine schnelle erste Kühlung dringend notwendig. Die Amerikanerin Kim Suorzi zog in ein Hospiz nahe der Alcor-Zentrale. Dadurch konnte mit dem Aufhören des Herzschlages die Vorbereitung zeitnah begonnen werden. Der Körper wird in Eis eingelegt und mit einer Herz-Lungen-Massage behandelt, um den Blutkreislauf in Bewegung zu halten und das Gehirn weiter zu versorgen. Infusionen sollen der Bildung von freien Radikalen, Stikoxiden und Körpergiften vorbeugen. Mit Betäubungsmitteln wird die Sauerstoffaufnahme des Gehirns gesenkt. Nach dieser Vorortbehandlung erfolgt der Transport zu den Geräten im Operationssaal. Hier wird das Blut vollständig abgelassen und die Blutgefäße werden mit einer kalten Lösung gespült und nach und nach die Vitrikationslösung bei einer Temperatur von minus 125 Grad Celsius eingefüllt. Nach mehreren Stunden hat der Körper ebenfalls diese Temperatur erreicht und die Flüssigkeit ist verglast. Im Verlauf von zwei Wochen wird dann mit flüssigem Stickstoff auf minus 196 Grad Celsius gekühlt. Im Kryonstaten muss nur noch in Monatsabständen ergänzt werden. Eine Ganzkörperbehandlung kostet zwischen 50.000 Euro und 150.000 Euro bei Alkohol, bei Kryonix Institute 27.000 Euro. Wird nur der Kopf eingefroren, fallen Kosten von 7.000 bis 60.000 Euro an. Diese Summen sind erforderlich für die Bereitschaft der Erstversorgung eines ausgebildeten Teams und die Forschungs- und Entwicklungsausgaben. Eine Mitgliedschaft in Vorbereitung auf die kryonische Versorgung erfordert einen Jahresbeitrag von 100 Euro bis 450 Euro. Rezeption Science Fiction verwendet die Kryonstase in verschiedener Formen, etwa als Erklärung für bemannte Raumfahrt mit Unterlichtgeschwindigkeit oder um Figuren des Zeitgeschehens in die Zukunft zu übertragen. Oft wird das Einfrieren und Wiedererwachen in literarischen Werken als Methode des Zeitsprungs genutzt. So ließ Edward Bayamy in seinem Roman Ein Rückblick aus dem Jahre 2000 auf das Jahr 1887 den Hauptakteur aus dem Vereisen auf Verstehen und seine Zeit mit einer Entwicklung 100 Jahre weiter vergleichen. Im 1956 von Robert A. Heinlein verfassten Roman »Die Tür in den Sommer« spielt Kryonik ebenfalls eine Rolle, nicht nur um den Zeitsprung aus dem Jahr 1970 in das Jahr 2000 zu ermöglichen, sondern auch um das Lebensalter zweier verliebter Hauptpersonen anzugleichen. In der Welt des Romans lassen sich jedoch lebende Personen freiwillig einfrieren. Im Film »Forever Young« lässt sich ein Testpilot kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges von seinem Freund, einem Erfinder, einfrieren, nachdem seine Freundin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden und in ein Koma gefallen ist. Anders als geplant, erwacht er allerdings erst in den 90er Jahren aus dem künstlichen Schlaf und muss nun in einer völlig fremden Welt nach seiner Vergangenheit suchen. Das Thema der Kryonik wird auch im spanischen Film »Aprilus Ojos« und seinem US-amerikanischen Remake »Vanilia Sky« angeschnitten. Ebenfalls wird die Thematik in Wes Cravens Film »Chiller – Kalt wie Eis« aus dem Jahr 1985 behandelt. Die Zeichentrick-Serie »Futorama« beginnt damit, dass die Hauptfigur für 1000 Jahre eingefroren und im Jahr 3000 wieder aufgetaut wird. Im US-amerikanischen Film »Avatar – Aufbruch nach Pandora« werden Menschen in Kälte schlafversetzt, um die Zeit der Reise zum fiktiven Mund Pandora im Alpha-Zentauri-System zu überbrücken. Auch in der US-amerikanischen Serie »Fringe« wird diese Möglichkeit der Konservierung mit gefrorenen Köpfen dargestellt. Ebenso wird dieses Thema in einer Folge der Serie »Kassel« aufgegriffen. Des Weiteren spielt die Vitrifizierung eine große Rolle in einigen Werken des polnischen Schriftstellers Stanislaw L.E.M. Insbesondere in dem Roman »Fiasco«. Auch in der Popkultur spielt die Krüonstase mittlerweile eine Rolle, beispielsweise im Film »Idiocracy«, in dem zwei Menschen eingefroren und nach etlichen Jahrhunderten wiederbelebt werden. 2014 wurde die Thematik der Krüonstase im Science-Fiction-Film »Interstellar« aufgegriffen. Um die zeitliche Überbrückung bei langen Raumreisen zu erklären. Die vielleicht bekanntesten Filmszenen, in denen Menschen reversibel kriokonserviert werden, sind die der Star Wars-Reihe. Hier geschieht dies mittels des fiktiven Materials Karbonit. Im Film »Captain America«, »The First Avenger« taucht ein alter Freund der Captains aus dem Zweiten Weltkrieg auf. Er wurde in der Sowjetunion eingefroren, um nur zu wichtigen Ereignissen geweckt zu werden, deshalb nennt man ihn den Winter Soldier.